Unterm Joker? Wartet, bis der Pinguin damit fertig ist. Föck, wo hier ist! Die ganzen anderen Spinner sind ja auch hier! Batman gesichtet. Denk mal zum Mitschreiben. Batman hat Freeze vor Pinguin gerettet. Arbeiten die zusammen? Nein! Die Fledermaus ist hier! Beides tun! In Sektor 3 ist eine Kamera ausgefallen. Hey, worauf warst du? Du hast Angst vor uns? Kein Wunder! Es ist Batman! Es ist Batman! Es ist Batman! Hat es recht, es ist Batman! Was ist das? Meine verdammten Kippen, hatte ich nicht gesagt, dass du mir welche holen sollst? Was ist passiert? Ich konnte keine finden. Bitte, es ist meine Schuld. Außer dir sehe ich hier keinen. Du bist derjenige, der nicht getan hat, was er tun sollte. Das heißt dann wohl, dass du auch derjenige bist, der leiden wird. Oh, bitte. Nein! Was zum Wurzeln? Wie gesagt, man, ist Schnurstratsch darunter. Du bildest dir das ein. Nie im Leben ist irgendwas oder irgendjemand an uns vorbeigekommen. Nie im Leben. Und ob, wie gesagt, es sah aus wie ein Ninja. Du weißt schon, diese Typen, die rumschweichen. Mit Schwertern. Sieh dich mal um. Wir sind in Arkham City. Hier gibt es keine geheimnisvollen Ninjas. Das wäre totaler Irrsinn. Wir hätten sie längst bemerkt. Ich habe ihn gesehen. Er ist direkt darunter. Hör zu, du musst mir ja nicht glauben, aber wenn dich irgendwann ein Ninja ausschlitzt, komm nicht und sag, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay? Geheimnis von Arkham City. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden ihnen sämtliche Grundrechte entzogen. Ohne sie ist Gotham ein sicherer Ort. Innerhalb dieser Anlage ist jeder... Oracle, ich gehe nach unten. Unter der Oberfläche ist Gotham ein Irrgarten aus Stahl- und Eisenstreben. Mein Signal könnte darunter leiden. Versuche es nicht zu verlieren. Ich leite zusätzliche Satelliten zur Überwachung um. Viel Glück, Bruce. Mann, und ich dachte, oben sei es schlimm. Hier unten ist es nicht nur kalt, ich bin außerdem noch nass und stinke, als hätte ich in einem Kuhfladen gestanden. Vorsicht, die Fledermaus! Joker hat seine Männer in die Kanalisation geschickt, um die Reste von Pinguins Leuten zu jagen. Ohne sie ist nicht nur kalt, ich bin außerdem noch nass. Sohören! Der Rest von Pinguins Leuten hat sich vor uns irgendwo verschenkt. Joker will, dass wir sie finden. Sollen wir sie umlegen? Bleibt uns überlassen. Wir sollten sie kalt machen. Pinguins Leute waren fast alle selten. Das ist die blöde Fledermaus! Sohören! 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 davon. Mann, was ist in diesen Dingern? Waffen, Schränkstoff, Thermalsensoren, was eine Armee so braucht. Und Pinguin fertig. In Deckung, es ist Batman. Du bist tot, Bats. Das wird weh! Oracle, wie es aussieht, schickt der Joker seine Jungs hier runter, um Waffen von den Tigerwachen einzustellen. Das ist schlecht. Diese Leute haben das Beste, was das Militär zu bieten hat. Wenn Joker das Zeug in die Finger kriegt, du weißt schon. Wird er nicht. Ich lasse es nicht zu. Irgendjemand in diesem Raum benutzt ein Störgerät. Ich muss ihn ausschalten, damit ich den Raum nach weiteren Zielen absuchen kann. Bitte! Ich bin nur Assistenzärztin. Ich weiß nicht, was hier los ist. Kann ich sie haben? Nein, du hattest schon die letzte. Schlapp dir den Rest der Waffen und stapel sie da drüben. Wir müssen den Zeitplan einhalten. Was ist das? Interferenzgeneratoren vom Militär. Es gibt nichts Besseres. Mit diesen Babys in der Nähe dreht sämtliche Elektronik völlig durch. Jetzt hör auf zu labern und beweg dich! Mann, hat die ne Angst? Sie ist hier unten ganz allein mit uns. Sie sollte Angst haben. Wir sind böse Jungs. Gott, bitte! Ich kann ihm nicht helfen. Lasst mich gehen! Sorry, Doc. Du gehörst uns. Tu mir einen Gefallen und versuch nicht wegzulaufen. Würd dich nur ungern bestrafen. Du hast so mein hübsches Gesicht. Ja, wer damit... Was war das? Geh rüber und ziehen ab! Hierher, da oben ist jemand! Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Es kam von hier drüben, ganz sicher. Hey, wo bist du? Er hat den Rauch benutzt, um abzuhauen. Hier drüben liegt noch einer! Das ist nicht gut. Richtig, Feigling! Zu mir! Ich hab ihn! Hä? Wo ist er hin? Sag mir mal jemand, wo er ist! Irgendjemand fehlt da drin! Bist du das? Tja, das ist ja fabelhaft. Ich liege hier auf meinem Schlabebett und ihr Vollidioten könnt nicht mal jemanden aufhalten, der sich als Fläderwaffe verkleidet. Ich habe die Waffen gebraucht. Jetzt muss ich wohl oder ihm will. Ups! Entschuldige, Bad. Beinahe hätte ich es verraten, was? Festhalten! Vielen Dank! Was tun Sie hier in Arkham City? Ich bin in Arkham City? Was zum Teufel mache ich hier? Ich wurde vor dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, entführt. Ich wurde betäubt und bin anschließend oben in einem Gebäude aufgewacht. Die Person, die hier das Sagen hat, lässt Ärzte holen, um den Joker zu heilen. Sie hatten offenbar Pech. Er stirbt, nicht wahr? Sieht ganz so aus. Ist es schlimm, darüber nicht traurig zu sein? Was jetzt? Sie müssen hierbleiben. Verstecken Sie sich, dann wird alles gut. Ich komme wieder. Oracle, ich bin's. Joker stiehlt seine Waffen nicht von Strange, sondern er wird von ihm mit Waffen beliefert. Bist du sicher? Natürlich bist du das. Wieso sollte er das tun? Vielleicht versucht er denjenigen, der die Straßen kontrolliert, zu manipulieren. Ich finde es heraus. Okay, aber solltest du vorher nicht Rath suchen? Das mache ich jetzt. Keine Sorge, Barbara. Diese Welt ist verdammt. Städte wie Gothen werden wachsen unter Hölle gleich. Die sich ihren Weg über die Bürgersteige nach oben bahnt. Gebäude werden wachsen, bis sie die Sonne verdecken und die Menschen werden am eigenen Schmutz zugrunde gehen. Eines Tages wird diese Welt sterben. Sie wird nach Luft bringen. Hören die Fehler der Menschen. Sie sind über. Aber das muss nicht deine Zukunft sein, Gothen. Es gibt einen besseren Weg. Hinter der Mauer liegt die Hoffnung auf ein Überlebender Menschheit. Auf eine Zukunft, der erstaunliche Entdeckungen bezieht. Eine Entdeckung, die es Gott überlaufen hat, sich wie Gatsache auszulischen. Und zum Sinn will er hoffentlich zu werden. Neugierig geworden. Dritte Dinger. Zählt die Zukunft von Gothen City. Halt. Halt. Keine. Uah. Das Herz des zukünftigen Gothen zuschwingt an Lazarus Technik. Die Kraft des Franzikus werden durch jede Straße ausgebucht und liefern saubere Energie. Mechanische Wächter werden euch dienen, euch beschützen und wenn nötig von den schlimmsten Sünden bewahren. Aber was noch wichtiger ist, unsere wunderschöne Welt wird überleben. Meine Damen und Herren, wir präsentieren die Zukunft. Wanda City. Das Signal des Senders geht hinter dieser Tür weiter. Aber die sieht aus, als wäre sie seit Jahrhunderten versiegelt. Die Assassins müssen einen anderen Weg benutzen, um durchzukommen. Das müssen die berühmten mechanischen Wächter von Wanda City sein. Offenbar verfügten sie über ein recht fortschrittliches Innenleben. Es gibt eine Art Speicherband, erinnert fast schon an primitives Video. Vielleicht kann ich es scannen und analysieren. Verdammt! Die Daten sind unvollständig. So fortschrittliche Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, als seien die Daten in einem geteilten Speicherbereich abgelegt worden. Vielleicht bekomme ich die Informationen von den anderen Wächtern hier unten. Wozu? Wfinale Inhalia? Ich bin leer, ich bin greedier." Oh shit! Oh shit! Fuck! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jeezy, man. Schuss! Was ist das? Das war's für heute. Was ist das? 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 Was ist das?